Ja, Feuerwehrwagen, Fortsetzung vom Camper-Tubi. Ich habe zu früh abmoderiert. Natürlich, wenn man bei 9,5 Liter Hubraum, übrigens im Schnittverbrauch 18 bis 22 Liter, der würde auch schneller gehen als 90 noch. Das darf man natürlich nicht mit dem aufgelasteten Fahrzeug. Aber was nehmen wir noch mit von einem zur damaligen Zeit Porsche-Feuerwehrwagen? Sagen wir es mal so, also einer der schnellen Dinge. Aber hören wir mal diese 9,5 Liter noch. Gute Reise nochmal. Danke, ciao. Boah, dieser Biest. Das hört man aber auch. Da ist Drehmoment drin. Bäm. Ich roll noch hinter euch her zum Winken. Jawohl, super. Das ist eine Verabschiedung aus Düsseldorf. Camper-Tubi muss laufen, um dem Turbo-Feuerwehrfahrzeug folgen zu können. Ach, wie cool war der denn. Gute Zeit in Düsseldorf. Gute Zeit auf der Heimreise. Ich laufe zurück auf den Roller zu. Oder mit dem Roller fahre ich jetzt zurück. Ihr seht, hier sind noch Lücken. Ich habe aber irgendwie gehört, es ist ausverkauft. Die kommen nicht mehr rein. Ich sage mal, fahrt nochmal hin, ruft nochmal an dem Caravan-Center, um hier rein zu können. Also ich denke mir nicht, dass das alles ausgebucht ist. Da kann man mit Sicherheit noch was zusammenschieben. Die ersten Tage waren diese Autarkplätze wegen des Fußballspiels gesperrt. Da waren hier mal 20.000 Autos gestanden. Aber ich denke, es ist noch Luft. Ich möchte aber nicht so viel versprechen. Nur viele fragen auch Camper-Tubi. Kannst du, machst du, tust du, bist du. Also Caravan-Center, die sind wirklich gut aufgestellt und freundlich unterwegs. Bis bald. Jetzt nochmal die Verabschiedung. Aber musste sein, oder? Das muss man auf jeden Fall mitnehmen. Das ist quasi jetzt der Nachtrag, weil ich werde es nicht anstöckeln. Servus, bis später. Danke nochmal. Tschüss.